Herzliches Gegrüßt meine lieben Brüder und Schwestern zu Vers 20 des Assassin's Creed Syndicate der Trilogie, ne ja Quatsch, jetzt runter da und wir müssen den Karl Marx zu Ende machen. Das ist die letzte, letzte, was das für Maschinen sind schon, ja, Dampfmaschine, irgendwas, was steht denn da? Caution, Warning, Hot Steam, Dampfmaschine, sag ich ja, da hämmert der drauf, ja, hallo, hat er sich am Daumen gehämmert hier, oh oh, oh oh, schnell ein Pflaster, ja, Arzt zum Arzt gehen, Ärzte gab es nicht so wirklich damals, jetzt müssen wir da hin zum letzten Karl Marx, Vox Populi, die Stimme des Volkes, habe ich gerade gelesen, also, Vox Populi ist lateinisch, ich habe ja Latein, Russes Latinum, Vox, äh, Stimme, äh, und Populi des Volkes, gut, dann gehen wir da hin, schauen wir mal, was steht da wieder, Whisky, äh, da gibt's Whisky, jetzt gehen wir da hin, Piepst, da piepst, er hat schon wieder irgendwas gepiepst hier, warum piepst, ist dauernd hier? So, dann haben wir den fertig, da habe ich schon gelesen, da gibt's eine Farbe, da kriegt man eine Farbe als Belohnung, wenn man den fertig hat, Wahnsinn, jetzt gehen wir da, Vox Populi, da steht's hier, links, schau her, Stimme des Volkes, empfohlenes Level 6, hau rein, komm her, äh, jetzt gehen wir da rein, oh weia, aha, mhm, mhm. Ich bin froh, dass ich sie gefunden habe, ja, ich fürchte meine kommende Versammlung soll gestört werden, streikbrecher vielleicht, oder Polizeispitze, Rohlinge, die den Vormarsch des Fortschritts fürchten, keine Angst, Herr Marx, ich passe auf Sie auf. Ja gut, äh, jetzt muss er sagen, dass der Marxismus hat sich aber auch nicht so richtig durchgesetzt, verstehst du, sowieso nicht, es gab ja nur den Sozialismus, aber wir sehen uns ja gleich, wir sehen uns gleich, äh, aber der Sozialismus, wie gesagt, also der Marxismus sowieso nicht, was muss ich jetzt machen, äh, äh, unbemerkt gefangen nehmen, keinen Polizisten töten, eine Leiche in einem Versteck verstecken. Jetzt muss ich die Kollegen, un, die Unruhestifter, vier Stück, ah bitte, unbemerkt, wie soll ich, gefangen nehmen, ja, wie gefangen nehmen, ja, kein Polizisten töten, da hinten ist einer, den nehmen wir mal zuerst, gefangen nehmen, ist nur drücken, oder? Äh, Schleichung, und jetzt, von dem müssen wir jetzt raus, aus dem Gebiet schaffen, ach so, raus damit, raus damit, oder? Äh, und wann, was dann? Aus dem Gebiet schaffen, eine Leiche in einem Fall, muss ich den jetzt töten, oder wie? Äh, fliege, ähm, aus dem Gebiet, und jetzt, wenn ich den loslasse, geht er dann wieder zurück, oder wie? Ne, ach so, und jetzt kann ich ihn umhauen, oder wie? Beziehungsweise muss ich ihn umhauen, aha, war das jetzt richtig, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Pause, war das jetzt richtig? Unruhestifter, unbemerkt, gefangen nehmen, dann raus schaffen, und dann töten, oder wie, jetzt kommt einer? Habt der, da sieht der das jetzt, muss ich den jetzt verstecken, eine Leiche in einem Versteck, verstecken, warte, wo ist denn da ein Versteck? Den verstecke ich jetzt im Versteck, wo ist denn ein Versteck? Ein Leiche in einem Versteck verstecken, wird tragen, äh, eine Leiche, Leiche in einem, jetzt kommt einer, Versteck, versteckten, wo ist denn ein Versteck? Das soll irgendwo ein Versteck sein. Oh, ne, muss kein Versteck, wo ist ein Versteck? Ich glaube, ich kann nicht mehr, dass die Arbeit monopolisiert, weil ich sie mir jetzt kommt, der, um die Arbeiter zu dominieren, müssen wir ein Versteck von, dass die Lohnarbeit, wie die Sklaverei, Leihbeinschaft, nur einen Übergang darstellt, einen Niederergesellschaft, das war ein Versteck, Na gut, lassen wir das mal. Keinem Polizisten zwischen. Kommt da mal einer. Kann ich da reingehen? Kann ich da reingehen? Und wo ist jetzt in dem ich jetzt verstecke? Weiß keiner. Gefangen nehmen. Da sind aber viele. Warte. Zu Fangen nehmen. Und jetzt füße ich den raus. Warte. Warte. Raus. Wo ist es? Achso, und dann umhauen. Aus dem Gebiet Schaff, also aus dem roten Kreis, oder? Und wo ist jetzt so ein, dem ich jetzt verstecke? Den da ich jetzt da auch, den, gehe halt weg. Wo ist denn da ein Scheiß? Entschuldige. Wo ist da ein Niederschlagen? Das kooperative System der Arbeit. Erstmal raus. Da unten müssen wir. Und in Folge dessen auch, komm. Entschuldige. Jetzt gehen wir. Jetzt haben wir den raus. Und jetzt. Und jetzt muss ich ihn umhauen. Hier schlagen, ist halten, oder wie? Und jetzt verstecken, oder wie? Nein, versteckt, verstecken. Werfen. Ah. Da, ne. Da, das war da. Da, das ist kein Position. Aha. Das ist das Ersteck. Gut. Uh, Pause. Noch zwei, dann haben wir's. Hamas, Hamas, Hamas und Weirachter gehen, Olihan. Keinen Polizisten-Typen. Jetzt, wenn ich den da. Fischer-Beet-Ort. Jetzt raus mit dir, komm her. Sehe raus. Ich schmeiße jetzt auch da rein. Dort zur Gaudi. Aber, äh, halten. Und dann da reinschmeißen. Drauf. Und jetzt da reinschmeißen. Komm, das machen wir jetzt richtig hier. Jetzt haben wir noch einen. Pause, jetzt mach ich nicht mehr. Also, noch einen, äh, Gefangenen. Ich spiel ohne Trainer, Freunde, gell? Den müssen wir jetzt... Oh. Gefangenen nehmen. Jetzt warte ich, bis der weggeht. Der Polizist, warte. Den kann man jetzt gefangen nehmen. Gefangenen halten. Ne, gefangenen. Ah, jetzt hab ich den. Dragen. Oh, jetzt. Warte. Warte. Ähm, Entschuldigung. Verteidigen. Jetzt muss ich den... Irgendwann. Den verteidigen. Magst du verteidigen? Dann geh ich jetzt mal da hin. Warte. Oh, komm. Oh, nee. Ah, nee. Warte, Hilfe rufen. Äh. Oh, komm. Das kommen alle. Äh, Entschuldigung, ich bin grad beschäftigt. Und jetzt war das richtig. Es gibt einer. Oh. Da auch schon her. Streben werden sicher schon bald umgesetzt. Sie wollen nicht zufällig der Arbeiterpartei beitreten. Ich interessiere mich zur Politik. Interessiert sich für nichts, bei dem man nachdenken muss. Oh, das ist ja auch fiese Beleidigungen herkommen. Ich fürchte, ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ehrenmitgliedschaften vielleicht. Ehren wie Ehre gebührt. Das haben wir dann wohl gemeinsam. Auf Wiedersehen. Das ist ein klüchterdeutscher Synkonsprecher. Das war's jetzt hier, hallo. Oh, oh, oh. Schweigertsch. Jetzt aber, komm her. Kein Poliz... Oh, la. Farbe Weinrot. Ich kann nicht mehr. Oh, nee. Aber jetzt haben wir das weg hier. Wecki, wecki. Pass, obachtsch. Äh, Farbe. Jetzt haben wir eine Farbe. Wahnsinn. Das fällt keines so was. Jetzt haben wir alle Farben hier. Komm her. Und, äh, den haben wir fertig. Äh, Fortschrittsanzeige. Londoner Geschichten. Den haben wir fertig. Oh, Zugversteckt müssen wir noch machen. Dann der Charles Darwin ist... Da fehlt aber noch einer. Da fehlt noch einer. Oh, weih, der kommt aber erst noch. Warte. Dann der ist fertig. Der ist auch fertig. Der ist fertig. Da fehlt... Da kommt der ist so. Den habe ich noch. Zugversteck. Freunde, dann müssen wir jetzt mal... Das Zugversteck. Wieso ist denn da? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da kommt aber erst noch. Da müssen wir jetzt mal das Zugversteck mal. machen. Zugversteck, da haben wir noch gar nichts, Freunde. Sonstiges, ja, da komme ich nicht weiter. Und, hauptgegangen, jetzt machen wir mal... Da fehlt auch noch irgendwie was. Da ist 88 Prozent. Ähm, pfff. Dann machen wir jetzt mal Zugversteck, oder? Dass wir mal da was machen. Hier, komm her. Wo ist der Zugversteck? Da ist er. Schnelle Reise, jetzt komm her. Na gut, haben wir das aber hier reingepfeffert, hier, hallo. Pause. Und dann wird doch endlich... Und dann machen wir Sequenz 5 und dann wird doch irgendwann mal der Erste wegge... Freigeschaltet werden weiß keiner. Da muss ich das nochmal googeln. Ich habe aber einen Season Pass und alles und den LMA Pass und und... Hm, hier ist anscheinend ein Brief. Ja genau, jetzt holen wir das. Ich habe aber schon... Ja, Entschuldige. Ich habe 9,999 Euro, aber Pfund, weil... Pfundzeichen. Weil ich habe schon mal den Trainer eingeschaltet und da alles eingeschaltet. Aber jetzt ist kein Trainer. Aber deswegen habe ich jetzt immer noch so viel Geld. Das geht nicht mehr weg. Na gut. Ich kann, ich hätte aber auch so Kohle ohne Ende, weil ich die Gang Upgrades schon alle habe. Und da gibt es Kohle ohne Ende. Siehst du hier? Hier im Zugversteck. Kaufen, also, wurscht. Gut, jetzt gehen wir mit dem Zugerinnerung. Attentatswand. Das brauchen wir erst später, oder? Sequenz 5. Genau, das machen wir später. Und jetzt machen wir, wo ist das Zugversteck? Äh, Zugversteck. Ähm, locken Sie zurück in den... Irgendwas. Ja. Das machen wir jetzt. Mhm. Sehr. Schriftbuch. Alles klar. Man sollte immer aufpassen, was da immer... Aber es ist auch wurscht. So, jetzt kommen wir. Den Treffpunkt erreichen. Wo ist ein Treffpunkt? Treffpunkt? Den Treffpunkt erreichen. Fährt der Zug jetzt da hin, oder wie? Oder muss ich da hingehen? Muss ich da hingehen? Oder fährt der Zug da hin? Weiß das einer? Aber warte! Muss ich da jetzt... Da muss ich wahrscheinlich zum Fuß hingehen, weil der Zug fährt da oben vorbei. Oder wie? Ja, haben wir da jetzt... Da hat keine Schnellreise, oder wie? Dann muss ich jetzt warten, bis der Zug da vorbeifährt, oder wie? Kann man das markieren? Der fährt falsch rum. Der fährt falsch rum. Ich fahr nicht mehr. Da ist er. Ich entferne mich. Da muss ich jetzt hingehen, oder wie? Dann geh ich jetzt hin. Ohne Schnellreise. Geht das ohne Schnellreise? Muss man das mal markieren? Wie ist er denn? Oh, komm! Kann man den markieren? Schau jetzt... Oh, bitte! Den Drehpunkt erreichen, ohne Schnellreise. Jetzt muss man eine Kutsche... Organisatori? Okay. Na ja. Kann ja nicht so schwer sein. Nehmen wir mal so eine kleine. Nehmen wir das so. Aha, also mach ich das richtig. Also ich geh da hin, oder? Geh mal da hin. Komm schon! Na los! Ist da nicht auch so eine Errungenschaft, 5000 Sachen mit der Kutsche zerstören? Da muss man nur so über die Dinger fahren, oder? Über die Straßenlaternen, oder? Weiß das einer? Rechtsverkehr... Linksverkehr, Entschuldigung. Die haben Linksverkehr in England. Oh, oh. Jetzt kommt einer. Jetzt kommt einer. So. Mhm. Na gut. Kann ein bisschen dauern. Dauert noch ein bisschen. Bewegung! 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 Hoppla! Gott sei Dank kann man hier zivilisten. Normalerweise ist das Ärger. Komm schon! Komm schon, komm schon. Na los! Bewegung! Oh, der hockt da oben. Oh weia, wo jetzt, warte, nee, wen muss ich erreichen? Erreichten, das muss ich erreichen. Da oben. Das erreichen wir vom Herkurt. Sei vorsichtig. Du wirst von einer Bande gesucht. Wieso ist die jetzt plötzlich da? Das ist die Börter von Onkel Charlie. Ganz sicher. Äh, Tour in the Halfman. Geht nicht, gibt's nicht. Was ist denn da los jetzt hier? Oh nee. Blockheads around here. Also Idioten überall, da hat er mal recht. Da muss er mal recht geben. Kann man mal. Ja, da ist der, der Gauner. Verfolgen? Ja, wie? Einfach nur verfolgen, oder wie? Ah, ein Verfolger verfolgen. Das gehe ich hin. Muss ich den jetzt... Ah, nicht so nahe an das Ziel herangehen. Sie wurden entdeckt. Ah, bitte. Ah, für den Verfolger verfolgen. Ja, das ist... Kaffeepause. Hm. Im Schleichmodus, oder? Hätten es vielleicht auch sagen können. Im Schleich... Seid vorsichtig. Du hast von einer Bande gesucht. Ist nicht wahr. Er ist nur ein bekloppter Kerl auf den Fersen. Ganz sicher. Sicherer geht nicht. Geht nicht. So, der wieder hier. Jetzt muss ich den verfolgen. Was? Human Power? Da ist der. Der Gauner. Komm her. Verfolgen. So, jetzt sage ich nicht zu nah und nicht zu weit. Und schleichen, oder? Das geht aber irgendwo und zu zurück, oder? Ne, verfolgen. Unentdeckt verfolgt. Das hätten sie vielleicht noch sagen können. Ah! Ne, was jetzt? Warum läuft da die Uhr? Verfolgen. Ach so, wenn ich zweit weg bin, läuft die Uhr, oder wie? Ich kann nicht mehr. Ja, dann bleibt er immer stehen. Da muss er sich verstecken, oder? Los geht der Idiot irgendwann zurück. Und dann entdeckt er mich. Das heißt auch, das heißt auch Idiot. Nuni. Ah! Und noch? Sollte ich gar nicht gehen muss. Du blöder Schwachkopf. Verzeihung, diese Frau ist in einer bedeutenden Gang. 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 Ich glaube, sie ist in einem Zug. Bloodhound Gang. Klingt nach den Bastards, die Kailog besiegt haben. Alarmiert die Leute auf den Dächern, da schalten wir aus. Genau. Captain Kailog. Kailog. Kailogs. Oh! Und hoffentlich hat er jetzt gespeichert. Äh, verteidigt. Äh. Alle per Luftattentat. Worte verteidigen. Oh, Worte. Ja. Erledigt sie. Verteidigen. Äh. Die Umhabe, oder? Mache ich das richtig? Mache ich das richtig? Äh. Per Luftattentat, oder was? Hätte ich die... Wie soll ich denn das geben? Zielt der ein bisschen automatisch, oder? Also ich spiele ohne Trainer, gell, Freunde? Verteidigen. Da, oh, da, oh. Äh, da ist noch einer. Warte. Aber wenn der einmal schießt, ist das Ende wahrscheinlich, oder? Ne. Weiß keiner. Muss ein bisschen die Minimap auch schauen, hier. Die Börter. So. Und now. So. Jetzt geht's einkaufen. Einkaufen? Prima. Speicherung, bitte. Fröhliche Richard-Furtats. Hallo. Blödes mir zu folgen. Die hier, schau, ja. Hinterhof, Hinterhalt, Hinterteil. Mhm. Prima. Ich muss den Bahnhof vor Agnes erreichen. Oh. Nee. Die. Die Bahn, Bahn, Bahn. Bahnhof vor Agnes. Wo ist denn die Agnes? Bahnhof vor Agnes erreichen. Die ist aber, die braucht aber auch nicht ein bisschen, ne? Bahnhof vor Agnes erreichen. Wo geht's denn da rein? Nirgends? Doch, da geht's rein. Nein. Da drin. Äh, nee. Da, 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 da. Oh, komm. Wo geht's drauf? Da, 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 da. Reichen. Und für jetzt, oder? Richtig oder falsch? Oh. Oh. Aber, wir haben, ne. Alle Pleitas eliminieren. Wo sind Pleitas? Plei, Plei, Plei. Pleitas eliminieren. Und, ja. Es gibt ein Problem. Etwas. Da, 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 da,, da, da, da. es wird aus dem typen der ergebnis verfolgt super stecker reichen da kommt die reihen darüber die rundlichsten zum schrein warum jetzt weiß er wer wir sind du kannst mir helfen den zug sauber zu machen wenn du keine angst vor dreck fantastisch sie werden es nicht bereuen der luftattentat töten wenn der oben wie soll ich den land der luftattentat töten die haben an leichten na gut aber wir haben eins wie spät haben wir es naja schauen wir mal schauen wir mal ich spiele es jetzt schon wieder ein wesen der drecksbrief für jacob ein schnau aber schon mal jetzt fortschrittslop buch kommen wir landen der geschichten zugversteck ein viertel mindestens haben wir schon daher 90 prozent jetzt kommt der nächste und der ist gesperrt zu kassel um die schnelligkeit und geschichte ob kaum feuerschaden von okko hat man das nicht schon mal freunde ich mache jetzt mal offline das oder soll ich online fertig machen das dämliche zugversteck fertig weil was ist denn sonst noch also nur noch dieses haupt story 5 level 5 das ist auch level 5 und der erste weltkrieg kommt immer noch nicht in die gänge ich schalte mal aus und noch mal mit dem zugversteck weiter offline oder also tschüss bis nachher